Hallo Leute, auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ihr Interesse an einem kurzen Feedback zu diesen drei Produkten aus der Drogerie hättet und viele, viele von euch haben sich ein Video gewünscht. Deswegen werde ich euch jetzt einfach ein paar Gedanken zu diesen Produkten äußern, die ich jetzt aber noch nicht so ausgiebig getestet habe. Ich würde eher sagen, das sind so die ersten Eindrücke dazu. Also falls ihr interessiert seid, dann bleibt doch dran. Den Anfang macht diese Isanamed Hydro Feuchtigkeitscreme. Ich würde sie weniger als Creme bezeichnen, sondern eher als ein Feuchtigkeitsgel. Das Produkt ist super wässrig, sehr, sehr leicht von der Konsistenz. Die Hauptinhaltsstoffe sind hier Wasser und Glycerin. Glycerin ist eines der besten Feuchthaltemittel, weswegen man hier nicht unbedingt was falsch machen kann. Aber sehr viel mehr sollte man von diesem Produkt einfach nicht erwarten. Das kostet gerade mal 2,49 Euro. Aber wer so eine wirklich leichten Konsistenzen mag, der sollte das eventuell ausprobieren. Wie gesagt, einfach nur feuchtigkeitsspendendes, sehr, sehr leichtes Produkt, das man auch wunderbar schichten kann. Ich persönlich mag es nicht so sehr. Also ich teste es jetzt schon ein bisschen länger im Vergleich zu den anderen zwei Produkten. Es ist mir ein bisschen zu klebrig und fühlt sich nicht ganz so angenehm auf der Haut an. Aber das sind jetzt so meine persönlichen Eindrücke. Ich glaube, da ist jeder irgendwie ein bisschen anders. Für mich wäre das eher nichts. Ich werde es aufbrauchen, aber ich glaube, ich werde es mir auch nicht nachkaufen, weil mir der Effekt auch einfach viel zu gering ist. Ich habe ja sehr viele feuchtigkeitsspendende Produkte in meinen Regalen. Deswegen glaube ich eher nicht, dass ich das nachkaufen werde. Was die Parfümierung angeht, ich würde sie als eher dezent bezeichnen. Also sie ist nicht zu intensiv. Hier sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin. Falls das jemanden von euch interessiert, kann man also mal testen. Aber es ist für mich auf jeden Fall kein Muss in der Drogerie. Dann darf natürlich dieser neue Sonnenschutz von Sundance nicht fehlen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich ihn im DM-Regal entdeckt habe. Denn er kommt komplett ohne Duftstoffe, ohne Parfümierung oder Ethylalkohol aus. Also dass ich das noch erleben darf, dass DM einen milden Sonnenschutz raushaut, wirklich, wirklich großartig. Weswegen ich das natürlich sofort unterstützen musste. Und ich habe ihn bereits auch im Gesicht testen können, zumindest ein paar Mal. Und muss sagen, dass er auch in der entsprechenden Auftragsmenge keinerlei Probleme macht. Der brennt auch nicht im Augenbereich, also zumindest bei mir. Das Einzige, was ich hier bemängeln muss, ist, dass man ja wie so einen leichten Film auf der Haut spürt. Also wer das nicht mag, der wird damit auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Und der ist auch so ein bisschen speckig. Also es gibt speckigere Sonnenmilchprodukte, aber ihr müsst einfach wissen, dass er so einen leichten speckig Glanz auf der Haut hinterlässt, was ich persönlich nicht so schlimm finde. Aber nichtsdestotrotz wirklich, wirklich großartig. Dass die MS endlich geschafft hat, einen milden Sonnenschutz rauszubringen. Und zu guter Letzt darf natürlich diese Essence Mascara nicht fehlen. Die ist ja bei vielen, vielen nach wie vor sehr, sehr beliebt. Ich halte die auch mal in meinem Besitz, hatte aber so meine Probleme mit ihr. Aber habe mich nochmal dafür entschieden, sie nochmal auszuprobieren, weil ich eine Alternative für meine nicht-vegane Nabla Mascara suche, die ich ja wirklich sehr, sehr gerne mag. Und bei dem Preis dachte ich, gut, gibst du der von Essence nochmal eine Chance. Das muss ja einen Grund geben, dass viele sie so, so arg mögen. Mein Problem ist aber immer noch das Gleiche mit ihr, denn das Bürstchen ist wirklich monströs. Ich halte das mal so ein bisschen hier daneben, damit ihr das einschätzen könnt. Und da ist es wirklich nicht verwunderlich, dass man beim Tuschen dann das komplette Auge zuschmiert. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Und ab und an färbt sie auch so ein bisschen unter der Braue ab. Also es trocknet irgendwie nicht richtig an. Ich hoffe, dass sie eventuell noch besser wird. Das ist ja bei manchen Wimperntuschen so der Fall, dass sobald sie ein bisschen trockener werden, eben auch besser werden. Ich warte dann noch ein bisschen ab und teste sie natürlich weiter. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, welche eure liebste Mascara ist. Außer die von Catrice, diese Glam & Doll Mascara. Die mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Die macht bei mir überhaupt nichts. Am liebsten mag ich auch diese normalen Bürstchen, also nicht die Silikonbürstchen. Also falls ihr da einen Tipp habt für eine vegane Mascara, dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Die teste ich wie gesagt weiter und hoffe, dass sie einfach noch ein bisschen besser wird. Und das war es schon mit meinen ersten Eindrücken zu diesen drei Produkten aus der Drogerie. Falls euch ein Produkt besonders interessieren sollte, dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Dann kann ich nochmal ein gesondertes Video mit Swatches, mit Inhaltsstoffen und so weiter und so fort dazu machen. Also gern unten in die Kommentare. Und falls ihr auch mitmachen möchtet bei Abstimmungen zu bestimmten Themen, dann könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!